Du siehst aus wie ne Schwuchtel auf Fotos und gehst lotschen für Promo oder warum hast du Homo, einen Kuss und Eisloh? Ich zerstampfe diese Trunk und zerreiß dich mit ner... Okay, warte. Ich stöte ihn, ich stöte ihn ganz wirklich, keine Sorge. Ja, man wäre echt nicht so cool, so stadtmäßig. Ja, okay, komm. Nee, wäre der Boss, also ich mein so morgen wäre der Boss. Ja, ich. Ja, du lachst, aber wer hat dich gewährt, der einen Arsch gerettet, wo du fast gestorben bist, also sag nix. Ja, ich hätte auch bei dir campen können, so ist es jetzt nicht. Ja genau, du warst draußen, hätte ich gezötet, aber gut. Nein, ich war drinnen. Ja, ja, ja. Natürlich. Guck dir meine Aufnahmen an. Oh Leute. Egal, er wird's gleich sehen. Die Tür ist so unnötig, ich schwör's dir. Wieso ist die unnötig? Dann kommst du doch hoch. Ja, aber trotzdem. Ja, why? Dann musst du doch nicht runterdeckern, oder wie willst du denn sonst nach unten kommen? Brauchen wir doch keine Treppe machen. Ja, brauchen wir doch keine Treppe machen. Gut. Verstanden. Ey, wie lange brauchen die jetzt mal ohne Witz? Weiß ich nicht. Wir haben doch grad geschrieben, dass wir noch auf wen warten. Der erste Schnitt ist auf jeden Fall schon drinnen. Ja, ja. Aber ich glaube, diese Gruppe ist nicht mehr. Ich wollte eigentlich sogar noch, ähm, TP. Hä? Ich hab ihn doch schon vorhin TP'ed. Ja, warte. Es dauert ein bisschen. Der hier f*** so hab. Ja, okay. Ja, dann TP'ed ich ihn einfach. Ist jetzt egal, so. Ähm. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Alter, hier ist alles voll in der Stadt. Womit? Aber, jetzt wo wir uns sind eigentlich die schönste Station. Ja, wir sind die Bauten. Wir sind eigentlich die schönste Station. Wir haben richtig viel. Ja, nicht so wie die anderen Pisser. Äh, sieht alles gut aus. Jo. Dort sind die Dornen. Die Dornen der Macht. Boah, wieso plästig. Oh Gott. Ach da, okay. Perfekt. Ähm. Ja, okay. Ich geh erstmal nach Hause. Und sortier schonmal mein Inventory. Das kann ich auch mal machen. Oh Gott. Nein, 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 nein. So. Ähm. Inventory wird sortiert. Diese Folge wird wahrscheinlich halt gekämpft. Oder höchstwahrscheinlich sollte. Normalerweise. Aber stink mal schon, dass es klappen wird. Äh. Ist, bringt der Darkstift was? Hä, ja klar. Wenn du fast tot bist, dann kannst du dich damit sehr gut hochheelen. Äh, warte mal. Will wer den Healingstift bekommen? Ich hab schon einen. So, warte mal. Was hab ich jetzt im... Irgendwas fehlt. Jetzt ist meiner gefehlt. Also halt dich nicht wach. Nee, ich kann dir gerne geben. Das ist kein Thema. Ich hab einen. Ich hab einen. Windstift. Windstift. Äh, Darkstift. Warte, warte. Was hab ich schonmal für Hotkeys hier? Scheiße. So, warte mal. Also ich will den Stärketrank auf jeden Fall haben. So komm schonmal so zusätzlich. Genau, was ich noch machen wollte. Ich crafte noch schnell. Hat jemand noch Äpfel? Äh, ich müsste welche haben eigentlich. Weil ich könnte... Könnte... Kannst du dann ein paar Goldäpfel noch machen? Oh ja, ich hab ein paar Stacks. Ja. Äh, einen Stacks. Ein Stack Äpfel? Jupp. Als ob. Lo, lass mal richtig viele Goldäpfel machen. Echt? Ich guck mal, was ich alles an Gold habe. Jetzt brauchst du noch ne Feder, alter. Hast du noch ne Feder? Ich hab noch ne Feder. Ja. Was? Komm dann zu mir hoch, dann können wir da... Äh, äh... Brauchst du noch irgendwas? Ne, das war's. Ne, das war's. Okay. Meine Ressourcen sind alle aufgebaut, weil ich hier viel ausgerüstet hab. Ach. Ich hab nen Tokubo, alter. Krass. Ich bring's jetzt um. Du hast es nicht im Gehego gespawnt. Du hast es nicht im Gehego gespawnt. Du hast es nicht im Gehego gespawnt. Ich hab ihn getötet. Und jetzt noch halt im Gehego. Ich bin hier irgendwie. So. Komm runter. Hä? Ich bin oben. Ja, okay. Ich komm. Hier. Ich weiß gerade. Äh, ja. Hier die Federn, die Äpfel. Alles klar, so. Ja, ich war treff halt. So. Okay. Ja, dann scheiße. Aber ich hab halt nicht mehr so viel Gold, das ist die Sache. Die Sache ist, ich könnte noch ein OP-Apfel machen, aber ich glaub, es würde sich mehr lohnen. Ja, die normalen. Ja, mach lieber die normalen. Boah, als ob du noch einen. Dann können wir einen Stack. Dann können wir einen Stack Dings machen. Ja, dann gib mal nochmal ein paar Äpfel rüber. Oder ein paar. Ja, aber jetzt. Hä, warum kann man mit daraus nichts? 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 Warte. Warte, warte. Nein, das macht man mit Nuggets. Na, ehrlich? Ja, das war in 1.5 so. Ach du scheiße, ist das OP. Ja, ich weiß, das ist schon, das war in 1.5 immer so. Ja, ich hab auch noch, ich hab auch noch ein paar Dinge. Okay, das ist äh. Okay, dann war der OP-Apfel aber auch echt. Ach du scheiße. Ja, da können wir. Ja, hast du noch ein paar Äpfel? Weil von mir noch? Ne, ne? Ne, hat jemand noch irgendjemand Äpfel, Leute? Wir könnten noch ein paar ähm. Wir könnten noch ein paar ähm. Übrigens, ich hab, Vanessa, ich hab nur noch ein paar Goldhabe zugebrochen. Äh. Ja, das brauchen wir wirklich nicht vorher Äpfel. Äpfel, warte mal, ich guck mal. Äpfel brauchen wir, Äpfel, das Wichtigste. Ja. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Am besten einfach irgendwelche Bäume abbauen. Die geben mir auch Äpfel. Kannst mir dann noch 7 geben, den Rest kannst du einfach verteilen hier an die Stadt. Also, dann selber. Ich hab einfach ein Stack und 10 Stück. Ja, gib mir 7. Ich hab dann 20. Dann, dass jeder irgendwie ein paar kriegt. Ich hab noch ein Äpfel. Ja, dann, äh, am besten mal alle. Ich, ich ess nur noch Goldäpfel statt Steak. Das ist so krass. Ey, das ist geil. Oh, falsch. So, warte. Boah, was jetzt mit den Javelet Äpfel? Ja. Soll ich die einfach? Ja, ich wollt grad auch die normalen Äpfel. Ah, wir können auch Dia Äpfel noch machen, ne, Leute? Wir können auch Dia Äpfel. Ja, ich hab 3 Stück. Ey, ähm. Was bringen die denn ein? Ja, die bringen auch länger Healing. Das ist ja von Titan auch. Ja, warte. Dann hab ich die jetzt mal nicht vercraftet. Hast du denn Dia's? Hast du denn Dia's noch? Ich hab noch ein Stack Dia's. Lol. Ja, dann macht er mit Dia Äpfel. Wir haben alles. Die hauen jetzt richtig raus. Wenn wir uns nähen. Jaaa. Oh Gott, wieso bespricht? Kommt einfach, mein Gott. Hat der eine Krotic Bone und ein Empty Kalister? Wie macht man denn diese Äpfels? Komm mal, kannst du mir geben? Ich will mal gucken. Ist das Javelet Äpfel? Ach so. Hey, da braucht man noch nicht mal neun Stück für. Ja, ach. Man braucht dann nicht nur vier. Mach dann einfach die restlichen 5 da. Komm mal zu deinem Scheiß hier runter. Komm, wir laufen die ganze Zeit hier. Ich hab Miniatur-Ratter. Ich hab jetzt fünf Stück. Du mal da rein, du mal da rein. Warte mal. Hast du nur fünf? Ja, wir hatten nur noch fünf Äpfel. Wir hätten doch Dia Äpfel machen müssen, ne? Statt normale. Scheiße. Egal. Was für Äpfel? Also ich nehm nur einen, ich nehm einen Dia Äpfel. Ich hab auch einen jetzt. Ja, ich denk mal jeder bekommt einen, oder? Egal. Egal. Ja, ja. Ja, wir haben so genug, oder nicht? Sind das dann genau für fünf, oder nicht? Okay, total dann noch ein paar Gold Äpfel, Vanessa. Ja, hier, warte. Ähm. Auf vier noch, ne? Warte, mach ich so. Wie viel gibt's ihm? Da. Soll ich dir die drei geben? Nee, nee, behalte sie ruhig, behalte sie ruhig. Ja, jeder kriegt 16, 17, ne? Der Rest hier. Ja, jeder der noch keine Gold Äpfel bekommen hat, komm mal bitte hier zu mir runter. Ja, ich hab 21 OP Äpfel und 20 normal und ich hab einen Dia Äpfel. Aber ein Dia Apfel hätt ich noch gerne von irgendwem, das wär cool, weil ich darf ja nicht die OP Äpfel essen. Ach ja, und hier noch der, der, der Dia Apfel. Braucht denn wer überhaupt noch OP Äpfel? Braucht wer noch was? War er noch einer? Äh, ich hab einen, ich hab schon einen. Aber drei Stück darf man essen. Ja, wieso? Sind wir jetzt alle? Ich hätte drei OP Äpfel müssen. Nee, hier, Dings noch. Ja, ich hab nur einen. Wär cool. Wie viel hast du denn, Green Wolf? Äh, ich habe vier, 17. Ich hab noch einen. Nee, aber OP Äpfel. Achso, gar keinen. Ja, gib mir dann einen. Noch. Noch einen hab ich da. Äh, und noch, ich hab jetzt noch 16. Also brauchst du jetzt OP Äpfel. Warte mal bitte kurz, zwei OP Äpfel noch dann, ne? Oder wie viel hast du dann? Äh, ich brauch zwei, dann hab ich drei. Ja, Green Wolf, wie viel hast du denn jetzt? Ich hab gar keinen OP Äpfel. Okay, dann geb ich dir welche. Zwei, drei. So, okay, wo bist du? Rison, wie viel hast du? Ein OP Äpfel nur, ne? Ja, ja. Dann geb ich dir noch zwei, komm her. Die, komm her, du sagst komm her und ich weiß nicht mal wo du bist. Ja, hier. Eins, zwei. So, Vanessa, du hast auch genug, ne? Daniel, wie sieht's mit dir aus? Ja, ich hab noch ein paar, gar alles übrig. 16 Stück. Daniel? Wie sieht's mit dir aus mit OP Äpfel? Wo, 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 wo? Äh. Ey, da ist wir! Ich seh sie! Da! Hä, da ist noch einer! Hä? Hä? Hey, Mann, wo ist denn das? Ich hab's gar nicht gesehen. Ey, hier ist ein Creeper. Du bist genau auf der Arena gespawnt. Boah, ich bin nicht behindert mich immer auf mein Fass. Okay, wem, wem fehlt noch was? Daniel, wie viel hast du denn jetzt? Sag mal. Ich hab drei OP Äpfel. Ja, okay. Und hast, hast du normale Äpfel entkommen? Ich hab einige. Seid ihr mit C? Ja, dann nimm, hier hab ich noch ein paar Gold Äpfel. Wo bist du? Brauchst du jetzt noch zwei Opel. Achso, du hast okay. Drei Minuten lässt mich noch wollen. Drei Minuten. Daniel, wo bist du? Ich bin bei der Arena. Ja, okay, ich komm noch hoch. Ja, wir brauchen die jetzt wo ohne Hütz. Ich hab zuerst meine Dia erfüllt. Du kannst so durchgängig benutzen. Ey, ich farm jetzt noch ein paar Äpfel, solange die nicht kommen. Lass mal Äpfel farm zusammen. Ich mein, wir haben genug Gold. Dann gib mir mal die Dia's. Dann kann ich die schon mal auf dem Weg dann craften. Dann muss ich mich wieder zu dir und so. Kann man die essen so viel man will? Ja, darf man. Perfekt. Ja, das ist aber eigentlich geil, weil das ist dann, das könnte dann jeder so machen, weißt du? Das ist richtig nice. Willst du? Hier in meinem Haus. So. Bella. Okay, drop mal. Aber warte mal, ich werfe dir auch noch ein Stück weit jemanden zu. Das waren nicht viele, aber immerhin was. Jo, passt. Danke. Kannst ja mitkommen, wenn du möchtest. Es ist hier vorne. Bei jedem Eischendings droppen Äpfel, oder? Ja. Sollte. Sollte. Sollte normal. Ja, gut, dass der Timber hier ist. Aber es dauert immer so lange, das abzubauen. Wie das so'n scheiß Steffel Ding wusstest? Mir ist es jetzt egal, ich muss jetzt hier farm. Warte mal, ich geh auch mal. Ja, verbaut eure Steffs halt nicht so unnötig, ne? Sag ich halt nur. Weiß es stimmt. Ich hab die Yono eigentlich. Hab ich so, scheiß den Sprung. Water Steff war verboten, ne? Ja, ja, Water Steff. Alter, du scheiß Ding. So. Ja, weil Water Steff, das ist Abfuck, Alter. Ja, ist okay. Ganz ehrlich. Kannst du auch die ganze Zeit das spammen, einfach nur. Ich brauch nur Äpfel hier. Hat jemand irgendwie... Ey, ich brauch ne bessere Axt. Ich ess, glaub ich, echt einfach Goldäpfel. Da hinten sind zwei mit Ziefrüstung. Seid ihr das? Glaub ich nicht. Sneakt ihr gerade? Sneakt irgendwer von euch? Ne, ne, ne. Ne, die haben Dark Steff in der Hand. Da sind zwei. Wie, 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 wie? Hier, kommt man hoch zur Arena. Da hinten. Was für Arena? Ich spiele als Six Arena. Oh. Siehst du die? Wo? Da hinten. Einfach geradeaus gucken. Hä? Bei der Insel? Lol, da hinten? Soll ich mal schießen? Da hinten sind zwei wirklich... Äh, mir egal. Da sind echt zwei. Doch, da sind wirklich zwei. Soll ich mal kurz hinfliegen? Ja, flieg mal hin. Flieg hin! Na, einer alleine erstmal. Nicht, dass er denkt. Die boxen sich selber. Sind die dumm? Hä, was labert der mit tausend Blöcke und so'n Müll? Friede, Freude, Eierkuchen. Warte raus. Eigentlich diese scheiß Sternschnuppen. Das ist voll übertrieben, ja. Ich glaub, das ist wegen unserem Sieg. Ja. Ich weiß, Dennis ist bei uns... Yo, noch eine. Noch eine? Was geht ab, Alter? Meins, 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 meins. Eigentlich nicht so heftig, normalerweise, Leute. Oh, Dings, Eiskratzen, Salz. Ich hab Freude. Er sagt einfach genau das, was ich gesagt hab. Okay. Wie einfach hier passiert mit einer Pfiff. Äh, äh, äh. Gott lachen. Äh. Ich fahr' mir jetzt auch nicht so viele, weil das wäre dann auch irgendwie schade. Ich weiß ja, was Fairness bedeutet. Okay, Jugo. Okay, warte. Äh, ein bisschen. Okay. Slash. Was will Joel? Ich kick den runter. Soll er sich verpissen. Nein. Okay, Nibiru kämpft gegen Dingens. Ich weiß nicht mal was Spannendes hier. Ey, gib Nibiru dann genug Apples und so weiter, ne, damit der da chatten kann. Ja, ich hab denen jetzt schon ein paar gegeben. Ich weiß nicht. Ja, die wollten gemeint, dass wir das nicht machen. Alter. Geil. Ist echt nicht vollkrutig. Echt krass, ne? Guck mal, die, als ob ihr alle hier chillt. Ja. Alter, was für eine Armee. Haha, geil. Perfekt. Alle witzig. Guck, gibts euch, Alter, wie das aussieht. Ey, was seid ihr da alle oben? Ja. Ich mach grad Sweets. Ja, wenn das alles fehlt. Der Huren. Der Huren. So. Okay. Alle auf den Bäumen platzieren. Außer Juro und... Mach die Tür dicht. Mach die Tür dicht. Nicht, dass der da abhaut. Und? Ja, wenn er da abhaut da drin, dann ist es zu spät. Dann kann er da unten nichts mehr machen. Kann unten jemand absperren dann, dass da keiner durchkommt. Wer spielt denn Türsteher? Immer alle auf die Bäume. Äh, Nibiru und Juro... Bei ihm lag das hier, aber was kann ich jetzt machen dafür? Daniel, komm her. Komm her, Daniel. Komm her. Ja, ich. Zwei die Äpfel. Haha. Okay. Ihr müsst weg, ne? Ihr müsst auf die Bäume oder so. Ja, ich suche auf der Position. Ähm. Ich mach die, ey, ja. Wer baut sich da so hässlich hoch? Jo, ey. Darf ich den runterschießen? Ne, passt schon. Okay. Hab ich auch Katastrophäe. Alle weg da. Ja, weg da. Greenwolf. Wo ist da oben ein Grabstein? Habe ich irgendwie auch schon gefragt. Ja, aber der ist da. Bleib mal hier, falls irgendwas passiert, ne? Wow. Okay. Bereits. Unfair. Geht mal weg. Ich muss das für die Aufnahme, ich hab die meisten Zuschauer hier. Ähm. Drei. Zwei. Eins. Seh nicht, so ne Scheiße. Go. Dafür hab ich nicht bezahlt. Hä? 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 Ja, er ist unten. Wow. Hinterher? Hinterher? Nein, runter. Hinterher, Daniel. Hinterher. Ja. Boah, was für ein Kriegsalter. Wo sind die? Er war nicht bereit. Hä? Guck mal, die kämpfen da drinnen. Boden. Daniel, isst dir Äpfel. Und immer Blocken nicht vergessen. Digga, was macht ihr da drin? Seid ihr behindert? Was ist das? Oh. Oh. So boxen die sich. Oh. Wird knapp, wird knapp. Warum? Hau drauf, Daniel. Drauf, Jitsa. Los. Mach. Oh. Pass auf, pass auf, pass auf. Er hat ein Herz, ein Herz. Er hat ein Herz, Daniel. Komm, du schaffst ihn, schaffst ihn, schaffst ihn. Komm schon. Wie alle hier vorgegangen? Ja, sehr gut. GG. Haha. Loot. Alter, warum ist jetzt noch eine G? Nein, lass die Sachen da. Lass die Sachen da. Oh. Okay. 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 Ähm. Aber viele, glaube ich, rumfliegen mit dem Ding. Beleb dich wieder und hol dein Stuff. Ja, aber können wir jetzt nix machen halt, ne? Ja, ja. Aber man sollte bloß nicht übertreiben. Okay. Wer als... Ja, ich hab meinen Darkstil. Der Loot liegt da wieder. Warst du free for all? Nein, nein, nein. Kelle ist gejoint. Was? Hä, Kelle? Hä? Hm. Der Ziel zu steht. Hä? Sorry. Was? Kelle mit uns im Team. Alles klar. Ne. Alle... Oh Gott. Äh. Ich bin so dumm. Warum die nochmal gekämpft? Ich hab mein... Meine Goldbewerke da rein getan. Ach Leute. Wo ist denn Juro jetzt? Ey, keine Ahnung. Wo der ist. Komm mal her. Komm mal zu mir hin und ich tippe ihn mal. Komm die gekämpft. Hä? Was? Jetzt hab ich mich zu ihm tippet. Bede ich einfach dann zu mir. Ne. Hab ich schon gemacht. Slash. TP. Der Juro. Auto Empire. Ja. Kommt. Komm mal her. Gib ihm jetzt mal schnell die Sachen wieder. Schnell. Hallo. Wie habt ihr den Stuff denn aufgesammelt? Ein bisschen da lassen. Damit wir das schneller machen können. Ne. Ich hab nur meine goldene Feder wieder geholt. Ja. Dann. Das darfst du unten. Ja. Okay. Gut. Dann. Geht's gleich. Los. Boah ey. Das geht mir grad mit den Legs überhaupt nicht. Dann. Rutschelt da. Also rutschelt da. Was für Wade. Wir müssen jetzt mal ran machen hier. Ey Leute. Ich schwör's euch. Was machst du da Daniel? Ne. Ich hab dem zwei Sachen gegeben. So. Okay. Wo sind die denn jetzt hin? Sind die jetzt nach Hause gegangen oder was? Nein 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 nein. Die stehen bei dir aufm Dach. Bei mir aufm Dach. Die sollen da runter. Bitter. Bitter. Mach jetzt einfach alles auf fast was geht. Damit es gar nicht geleckt. Ja. Aber mir lagts auch ein bisschen hier. Ja. Darf ich dir. Ey bitte. Lass mal alles. Runter von meinem Dach. Hallo. Runter von meinem Dach. Das geht's hier. Darf ich dich abmissen? Okay. Wer ist auf meinem Dach? Verpiss dich du behinderter. Das bin ich. Achso sorry. Okay.